Und Thomas war nicht dabei, als Jesus kam. Liebe Schwestern und Brüder, an diesem Weißen Sonntag, da wir dieses Evangelium im 20. Kapitel des Johannes-Evangeliums hören und der Apostel Thomas mit seinen Fragen und seinen Zweifeln im Mittelpunkt steht, sollen uns diese Sätze erneut zu denken geben. Thomas war nicht bei ihnen. Er tut sich schwer zu glauben, so wie vielleicht viele von uns sich schwer tun zu glauben und auch Fragen haben. Und es stimmt, wir waren nicht bei jenen anderen, bei den Zehen, die dort versammelt waren, mit verschlossenen Türen aus Angst. Und Jesus steht in ihrer Mitte. Und er zeigt den Jüngern unaufgefordert, sie wollen gar nichts sehen. Sie sind vollkommen überfordert mit dem, sind auch ganz mit ihrer Angst beschäftigt. Jesus zeigt ihnen seine Außenseite, die Wundmale an den Händen und die Seitenwunde, das Innere. Aber er tut noch mehr. Er wünscht ihnen den Frieden. Er haucht sie an mit seinem Geist. Und er gibt ihnen die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Das ist für einen Sonntagabend, nach all dem Geschehen, nach Kreuzigung und Grablegung und Angst haben und sich verschließen, ziemlich viel. Was erzählen sie davon, von diesem dichten Erleben Thomas? Kaum etwas. Was sie bewahren, um es an ihn, der nicht dabei war, weiterzugeben, ist die Freude. Sie erzählen es ihm. Wir haben den Herrn gesehen. Nichts über die Wundmale, nichts über den Friedensgruß, nichts über das Empfangen des Heiligen Geistes und nichts über die Vollmacht. Nur diese eine kurze Mitteilung. Wir haben ihn gesehen. Und Thomas, so ähnlich wie wir, wir sind draußen. Da ist etwas geschehen in dieser Stunde mit diesen zehn übrig gebliebenen, das sie verändert hat in der Begegnung mit dem Auferstandenen selber. Thomas hat diese Veränderung nicht erfahren. Er ist immer noch vor Ostern. Deshalb setzt er etwas in Gang, das uns helfen kann. Es ist uns ja vertraut, Dinge nachzuprüfen. Wir wollen den Dingen auf den Grund gehen. Wir wollen es ganz genau wissen und dazu hilft uns nicht nur ein Sinn. Sehen reicht nicht. Wir müssen, wenn schon, anpacken. Mal anfassen. Mal berühren können, ob das denn wirklich ist. Wir kennen das heute in Zeiten von Fake News, ist das natürlich mit montierten Bildern so eine Sache. Wir sehen viel, aber ob das denn wirklich der Wirklichkeit entspricht. Besser mal genau hingucken. Das wusste Thomas auch schon ohne Fake News. Er setzt etwas in Gang, von dem Adrienne von Speyer in ihren Betrachtungen zu dieser Stelle eine sehr schöne Bemerkung macht. Die ja nicht nur mit Thomas zu tun hat, sondern mit uns allen. Wenn jemand aus diesem, wie sie sagt, aus dem strahlenden Osterglauben, von dem die zehn anderen schon erfüllt sind, herausgetreten ist. Wenn er sich im Laufe der Jahre irgendwie verloren hat. Vielleicht ist heute auch ein Tag, wo wir daran denken sollten, wie war das eigentlich an meinem weißen Sonntag? Also zumindest die ältere Generation, die noch nicht so zugerummelt war von diesem Verabschiedungsfest, das wir heute in den Pfarreien so feiern, sondern wo das noch ein Tag der Vorbereitung war, der inneren Ausrichtung, mit allen möglichen Vorsichtsmaßnahmen. Christus zu begegnen, ihn zum ersten Mal in sich aufzunehmen, eigentlich umgekehrt. Christus zieht uns seit der Taufe zum ersten Mal durch die Eucharistie richtig in sich hinein, in sein Leben, in sein österliches Leben hinein. Das ist das, wenn wir Eucharistie feiern und empfangen. Wo ist das eigentlich geblieben? Ja, sagen wir, wir sind ja keine Kinder mehr. Aber Jesus, dessen Tod wir begangen haben und dessen Auferstehung wir feiern, den wir als lebendig bekennen, er liebt nicht nur die Kinder, sondern er sagt von allen, die ihm nachfolgen, wenn ihr nicht seid wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Vielleicht wäre es gut, sich gerade am Weißen Sonntag noch einmal an diese Stunde, an diese Erfahrung, an diese durchaus echte, gute, kindliche Erfahrung zu erinnern und sie wachzurufen. Und zu fragen, was ist in all den Jahren, in den Jahrzehnten, auch in den Erfahrungen mit der Kirche, was ist da eigentlich passiert? Wer aus der, so Adrienne von Speyer, wer aus der Mitte des wahren, selbstverständlichen Glaubens herausgeraten ist, kann von sich aus nur durch solche schrittweise Annäherung sich zur Mitte zurücktasten. Es gibt halt so einen Weg. Es geht nicht darum, das abzuhaken und zu sagen, ach ja, es ändert sich halt alles im Leben, so ein bisschen Schwund, es ist wie beim Verheiratetsein, irgendwann ist das so eine Sache, Gewöhnung ist das große Stichwort. Es greift sich halt alles ab, selbst wenn wir dran gepackt haben, es greift sich halt alles mal irgendwie ab, fühlt sich alles nicht mehr neu an. Aber deshalb feiert die Kirche die Ehe, das Sakrament, genau wie die Eucharistie. So etwas greift sich nie ab. So etwas ist durch den Zuspruch Gottes, wenn man es denn wirklich lebt, immer neu, jeden Tag neu. Das ist das Geschenk dessen, was wir Gnade nennen. Es geht nicht nur um uns, um unsere Sinne, sondern es geht eben darum, dass es gefüllt wird mit etwas, das wir selber nicht wünschen, nicht herstellen können. Gnade. Und deshalb hat in seinem ganzen Zweifel und Unglauben Thomas einen rechten Pfad gelegt. Adrienne von Speyer scheut sich nicht, das dem Pfad der Kontemplation zu nennen, dass wir nämlich zu diesem strahlenden Osterglauben zurückfinden können, indem er uns dann geschenkt wird, wenn wir diesen deduktiven, durchaus materiellen Weg gehen. Er fragt ja nicht nach irgendwas. Er sagt ja nicht, was hat er denn gesagt? Oder hat er irgendwas gemacht? Hat er irgendeinen Satz gesagt, den er früher oft gesagt hat? Er fragt doch nicht nach dem Brotbrechen, an dem die Emausjünger ihn erkennen. Er fragt direkt nach dem, was er selber nicht verstanden hat. Was ist da eigentlich am Kreuz passiert? Warum sind wir drei Jahre einem nachgelaufen, dem man dann öffentlich aufhängt, ihn kreuzigt? Welch eine Blamage, welch eine Schande, welch ein Fluch. Thomas ist gläubiger Jude. Verflucht ist, wer am Holz hängt. Diese Stelle aus dem Deuteronomen kennt er, wie all die anderen auch. Und deshalb geht er genau zu diesem Punkt, den er nicht verstanden hat. Wenn der von dem, dem ihr mir da erzählt, dass ihr ihm begegnet seid, dass er hier war. Wenn das der ist, dem ich nachgefolgt bin, an den ich geglaubt habe und an den ich eigentlich wieder glauben will, von dem ich eigentlich nicht lassen kann, dann muss ich die Wundmale sehen. Ich muss sie anfassen. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist bis heute ein wunderbarer Weg. Weg, kein leichter Weg, aber ein wunderbarer Weg. Wenn wir bei uns selber merken, wir sind, wie von Speyer das sagt, aus der Mitte des Glaubens irgendwie herausgeraten, dann ist es genau die Passion Christi. Dann sind es genau seine Wunden, über die wir ihm wieder begegnen können. Es sind genau die Punkte, die wir nicht verstehen und manchmal nicht verstehen wollen. an die wir heran müssen. Nicht in Form einer permanenten Selbstbeschäftigung, sondern ganz ausgerichtet auf ihn. Denn Thomas thematisiert ja nicht, wie das heutige Exerzit, sie machen permanent sich selber und insistiert auf seinem Unglauben und was er alles noch nicht verstanden hat. Nein, er fragt nach den Wunden Christi, die ihm heraushelfen aus dieser Eigentrehung, die ihm einen Weg zeigen zu diesem Bekenntnis, das er dann ablegen kann und das erneut unser Bekenntnis sein muss, wenn wir den Weg des Thomas zu gehen bereit sind. Mein Herr und mein Gott. Und das erinneregt. Und das erinneregt. Und das erinneregt.